so ich habe hier hirschfleisch also klein geschnitten für das ragout ich mache ja mit penne zusammen das essen ich habe gehört du ist gerne pasta ja ich liebe pasta da kommt jetzt das habe ich schon ein bisschen vorgeschmort kommen jetzt die zwiebeln dazu die werden auch so ein bisschen glasig gemacht und dann wenn du so lieb ist und mir die möhren reich die kommen auch gleich rein ich mache nur ein kleines bisschen höher macht nur last nur so eine minute die zwiebeln schmoren dann sind die gleich so ein bisschen glasig aber die schmoren ja auch noch mit den möhren zusammen so und das wird so ein richtiges wild war gut da kommt dann rotwein und und wildfond so ich glaube dass das ganz schön sein wird sowas kommt dann jetzt noch rein tomatenmark da mache ich nie tomatenmark da mache ich mir so eine kleine so einen kleinen hof eine ecke und tue das so ein bisschen rein dann karamellisiert das so ein kleines bisschen darf ich dich bitten dazu zu machen so dann was habe ich noch tomatenmark jetzt kommt der wildfond 200 milliliter das ist das das ist schon abgemessen das ist hier ein halbes glas ganze rein gießen das ganze ja wohl das ist schön und dann kommt 150 milliliter rotwein dann nehme ich den den wir nachher dazu trinken das ist ein spanier aus dem priorat ein von wallach ein was neues habe das gerade erst kennen gelernt die sich schon aber ich habe mir vorhin schon ganz ist angerochen der richter ja der riecht gut ja 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 aber den gibt es als zweiten vorher zu deinem gericht dann gibt es einen rosé ja das passt so ich glaube jetzt gewürze da gibt es noch im partner was halt ich glaube der thymian kommt jetzt rein ja frischen haben wir da und ein bisschen nelken aber da muss man vorsichtig sein ein viertel das nimmt man auch zum betäuben her ja ja für die zähne und den zahnschmerz so nelken und orangen zesten da habe ich neulich ein bisschen zu viel gegeben und da hat es nachher zu stark danach geschmeckt da bin ich jetzt heute ein bisschen vorsichtig aber ist doch schon eine schöne mischung an sachen und jetzt ist die frage kommen jetzt schon die tomaten ja 200 gramm tomaten auch schon so und das muss jetzt 50 minuten töcheln und nach 15 minuten kommen noch die maronen rein und dann noch mal zehn minuten also insgesamt 60 minuten ich habe natürlich eins vorbereitet der sogenannte topftausch sonst würden wir das ende nicht erleben so da kommen jetzt die maronen wenn du mir die das köchel hierzu vorsichthin bitte jetzt kannst du jetzt bin ich dran ok 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 also ich mache tandoori checken ich mache das immer zu hause meine frau die will wir haben nicht immer so viel zeit und sagt sie kommt macht um was zu essen und dann mache ich immer auf die schnelle ein kleines gericht und das heißt das sind tandoori checken das habe ich mir selber einfallen lassen und das kaufst aber eine fertige tandoori es gibt ja flüssig und und trocken du hast ich habe so die kauft man bei jedem einen so das gewürzt haben das ist ja eine mischung von vielen gewürzen genauso die hausfrau in indien macht sich das ja selbst und jeder hat ihr eigenes rezept genauso ja ja und dann habe ich dann hole ich mir auch von onkel bens reis so ein reis der ist in beuteln also vielen gelingt ja der basmati reis der ist sehr schwierig zu machen ja und hier ist ein beutel und den macht man in zehn minuten ist der fertig und und der schmeckt hervorragend also wir können gleich den basmati reis weil das wasser schon gekocht ja rein tun ein beutel für dich ein beutel für mich okay einfach schon und das ist zehn minuten stellst du die uhr zehn minuten das ist dann immer so du musst du zuerst ans ende damit sich das werk und dann und dann ja das super jetzt haben wir super dann nehme ich das hühnchen und schneide es ja auch so in klein in kleinen scheiben einmal eigentlich kochen gelernt weil du du machst so einen professionellen nein ich habe früher meine mama die musste arbeiten gehen und ich habe dann immer selber für uns für die familie gekocht und dann lernt man so langsam so kleinigkeit eigentlich sozusagen learning by doing learning by doing genau so ist es also und dann da geht natürlich am anfang man hier so ein bisschen daneben und dann das nächste mal weiß man es wird immer besser genau so dass man hat das schon vorgeschnitten ja und das sind dann die ganzen hühnerstreifen die wir da nehmen nehmen da rein und dann nehmen wir das tandoori pulver gibt es da ein maß wie viel einfach so einfach schön bedecken wie so eine schneelandschaft so mit roten tandoori bedecken das heißt du kochst auch für deine frau und für den sohn ab und zu ja ja wenn du da bist du bist ja viel und drehst ja viel im moment ja und so kann man es nennen aber wenn ich zeit habe es macht mir auch spaß um meine frau was zu kochen und wenn du weg bist kocht sie natürlich für den klaren muss ja ja wenn ich nach hause kommen und sie hat schon was gemacht das ist immer toll ist auch schön bitte wirst du dir die hände wir nehmen noch ein bisschen öl jetzt gleich und tun das gleich rüber dann kommt so ein rapsöl das ist nämlich so cholester cholesterin arm und geht so rüber okay und jetzt noch mit den händen rein ah na deswegen bist du bist du noch nicht zum waschen gegangen so soll man denn die pfanne schon mal heiß machen die können wir schon heiß machen aber ich würde noch nicht wir warten auf den reiß weil das muss ja ja und das geht dann schnell war es geht ruck zock weil es muss dann auch so so kleine dann warten wir also ich hab weil ich das weiß dass du das auch magst dazu einen rosé ausgesucht nachher das zu dem wild muss ein roter aber der rose ist so perfekt ich habe mir darüber nicht gesprochen was schon meine nimmt perfekt ich habe das gewusst war ein bisschen und da habe ich jetzt etwas neues mich selbst noch nie also ich habe jetzt natürlich probiert gerade aber ein wein aus chile und zwar von bouchon und die machen so eine französische firma und ein cabernet souvenir rosé das heißt die klassische rote cabernet souvenir trauben die wird einfach nicht so lange liegen also die 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 schale mit dem inhalt wird sehr schnell getrennt so dass es eben nicht richtig rot wird sondern nur man kann ja aus rot waren ich war schon meine hände aus roten trauben auch weißwein machen wenn man gleich die schale trennt von der wachau gedreht ah na dann weißt du das haben wir da die ganzen winzer haben die haben wir alles verraten ja alles verraten schön ich trinke ja normalerweise rosé immer in in der provance das ist ja in der provance wird sehr viel rosé gemacht und dort schmeckt er auch dann gehörte einfach irgendwie hin es gibt ja so sachen in griechenland trinke ich auch schon mal einen einen reziner den würde ich hier nie trinken ja vor ort so weit weiß also erfrischen ja und rosé ist für mich provance jetzt tue ich mal unsere pasta rein die chat ja ja so salz hatte ich schon rein getan und dann können wir mal probieren hier bitte 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 sehr lecker sehr lecker sehr lecker sehr lecker sehr lecker gut sag mal du bist ja du bist deutscher aber türkischer herkunft also ich bin in türkei geboren ja meinen ursprung werde ich nie vergessen aber wie alt warst du als da war ich vier jahre alt also nach deutschland nach münchen und also sozusagen wie man heute sagt die sozialisation hat in deutschland statt ja total ich bin ich lebe hier euch für mich das ist mein zuhause hier mit meiner frau die französin ist wenn ich voll blut europäer aber ich bin schon also ich man kann sagen turkobayer war aber ich bin und hast du du hast vorhin gesagt deine mutter musste arbeiten deswegen hast du angefangen selbst zu kochen das heißt du hast von ihr auch nicht viele türkische gerichte gelernt doch ab und zu mal ein paar kleinigkeiten die ich kenne aber es ist jetzt so dass ich da der imam fiel in ohnmacht gefüllte aubergine das heißt der imam und die griechen dann das auch imam die macht hat meine mama immer gemacht da weiß ich ein bisschen wie es funktioniert aber das da muss ich mag es ich bin halt so ich bin auch so ich bin ein bisschen verwöhnt mit essen und wenn ich was machen möchte ich es gut machen gut heißt aber nicht unbedingt gourmet also so drei sterne auch einfache sachen das ist ja auch einfach meins ist ein einfaches aber gut es muss gut und es muss gut schmecken gut und es muss qualität haben selbst wenn man nur ganz einfache spagetti mit ein bisschen butter und salbei und irgend so was das ist ja wenn das gute frische blätter sind gute spagetti gut butter frische parmesan also die italiener sind spezialisten dafür zum beispiel unglaublich zum beispiel diese fertig gemahlene parmesan die haben ja mal festgestellt da gab es einen prozess dass eine firma solche regenschirmknaufe weißt du die haben die gemahlen und haben das als parmesan verkauft aber so schmeckt auch manchmal ich mag es ganz ganz frisch gerieben ja man kann sich ja sonst nicht eben gut also meine pasta habe ich gestellten einen idiot 15 minuten 13 3 3 minuten ganz her außerdem muss man sowieso und die sind immer ganz genau die sind ja immer so ja aber man muss trotzdem ja wir haben es ausprobiert vorhin das waren 15 ja und ich werde sowieso bevor es läutet schon mal probieren da bin ich immer sehr vor dem kann man sich nie hundertprozentig verlassen es kommt auf die größe vom topf an und auf alles mögliche gut wie viel benutzen brauchen wir noch für mein reis ist es sind fertig in drei minuten und dann geht eigentlich ich könnte eigentlich schon anfangen sollen wir ich mache das ist eine sehr kleine flamme die kleinste die ich habe okay wenn wir das hier drauf machen dauert es jetzt sowieso eine weile bis die pfanne heißt genau in drei minuten tun wir das raus und dann tun wir die fahne auf den großen rauf und dann da machst du das in der typ schaffst du das schmeckt so lecker weiß ich das herr mal tandoori und sowieso was man was jetzt ganz tolles ist dass jeder sehen konnte wie einfach das ist oder schnell wenig sachen große zutaten ist und so lecker lecker also haben es alle probiert schon mal oder aber guck mal das war auch nicht aufwendig okay meine zwiebel war schon geschnitten das fleisch war geschnitten aber auch nicht groß aber es sind 50 minuten es sind 50 das stimmt aber ich meine nur da kannst du ja wieder was anderes machen sehr schön sehr schön also müssen wir noch warten bis die uhr klingelt und dann geht es los wie ist das beim drehen da ist das doch mit dem gut essen wahrscheinlich nicht immer so einfach ja man wir haben immer ein caterer und da muss 40 menschen oder 50 jungs brauchen oder ich habe jetzt gerade mit mit den amerikanern gedreht wie halt da waren wir 350 mann mit diesem berühmten regisseur oliver stone und das ist nicht gut oder doch das beste ist man holt sich einfach so was vom grill mann grillten fleisch oder sowas simpel und hast du dann manchmal auch eine kleine wohnung mit küche oder so also ich habe immer so ein hotel oder eine wohnung je nachdem also meistens im hotel hotel da kann man nicht selbst kochen ich habe ja in babelus gearbeitet für stf zwei mutter habe ich mir einen kochtoff gekauft ich habe meine pasta ich war zweieinhalb monate keine pasta gehabt und die hast du dir da selbst gemacht alles gut das damit das heißt dort ist und ich tue das jetzt hier rauf nein jetzt habe ich alles falsch gemacht schau mal alfred wie das hier riecht das reis der reis riecht schon so perfekt ist unglaublich diese beutel sind so praktisch ist unglaublich sag mal richtig unglaublich weißt du das ist ja auch so was in bestimmten fällen bin ich gegen beutel zum beispiel bei tee ja aber in bestimmten fällen warum nicht sich das leben einfach machen diese pauschal urteile ja dass man immer sagt alles muss selbst gemacht sein und so dann manchmal ist es gut so das ist doch wunderbar ja ist ab und zu man muss es ja warum nicht warum nicht wenn es gut schmeckt nachher das ist doch die hauptsache ich bin sogar ein beutel für uns reichen ein beutel gibt die teller sobald du die menschen jetzt mache ich die machen die man ist jetzt heiß ich habe das größere zwei etwas klein gestimmt aber das erste mal muss ich das vom fernseher machen das ist ja unglaublich naja es ist wie zu hause so ist doch bei mir in der küche das tust du dann oben drauf ja links ist dann das wird gerade heiß sesam kommt drauf wunderbar so wie sieht eins aus sehr gut das sieht gut aus das ist ein bisschen groß die flamme aber ich kann sie nicht kleiner machen und das hier kocht hoffentlich ja das ist volle kanne er nein kannst du hoch machen jetzt nach oben ja aber die wird schon ziemlich heiß sein weil sie vorher schon auf der kleinen flamme stand kannst aber eins rein tun dann siehst du noch nicht noch nicht aber gleich aber gleich das geht jetzt schnell auf der flamme ich sehe schon wie das öl sich fängt schon an zu pritzeln viele köche sagen ja auch man darf es nicht zu heiß stellen weil da geht es gleich immer kaputt und so aber das ist jetzt nur für diesen moment ist es kann ich glaube jetzt das gut ist wie sich das schon so ok super jetzt genau richtig haben wir so ein holzteil ja das ist eigentlich ich weiß den namen nicht dazu klar wenn die so klein geschnitten sind sie natürlich schnell fertig ja ein paar minütchen und wir sind fertig und da hast du irgendwelche lieblings küchen also irgendwie eine richtung vietnamesisch thailändisch italienisch italienisch oder italienisch geht gar nicht ja ich muss aber auch ab und zu einmal im jahr einen schwein guten schweinebraten mit senden können haben und machst du denn auch selbst oder das ist auch schön so sachen aber jeden tag möchte ich nicht so deftig einmal im jahr ja 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 muss es immer schön was auch meistens wenn ich in münchen zu besuch bin ja was zu tun habe dann jetzt werden die auch so ein bisschen leicht sehr schön sie sind ja auch nur sehen ja ja optisch sowieso aber auch geschmack weil es auch exotisches also es ist ja also da wäre jetzt so ganz leichter riesling wahrscheinlich gar nicht ideal dazu jetzt der wird sich glaube ich nicht durchsetzen bei der rosi der ist so wieder man der ist so kräftig der reich vollkommen ist wunderbar und sag mal du warst als deine mutter dann arbeiten musste warst du auch eine zeit lang im kloster oder ich war im klosterinternat in bayern in kingau und bei nonnen obwohl ich als moslem geboren bin war ich auch dort ministrant ein muslimischer ministrant ja also ich habe am abend auch zu zwei göttern gebetet und so und jetzt bin ich aber die ist dass ich glaube an gott aber an keine religion ja aber es war aber das war auch eine interessante zeit manche haben ja sehr unangenehme erinnerungen an internatszeiten manche sehr angenehme wie war es für dich mama hatte keine wahl alleine erziehung zu machen ist immer sehr schwierig für diese zur türkei gekommen ohne ihren mann vorher genau genau und es war aber gut weil wir haben da weil die hat die ganze zeit gearbeitet und die arbeit auch von meinem vater übernommen und es ist dann immer gut durch die schwestern die auch uns total gleich behandelt haben und da hat sich zu auch so zu sozialisieren und da hast du auch wahrscheinlich vieles mitbekommen von kultur und so auf jeden fall ja denn das sind ja meistens sehr intelligente lehrerin ja auch sehr offen total freundlich herzlich an diese schwester also hast du positiv ja auf jeden fall ja auch nicht alle naja auf jeden fall so jetzt können wir ich wage ist es sieht schon sehr gut ja wenn ich unsicher bin dann tue ich einfach so durchstechen mit dem dinge und dann ich werde dann auch bald wenn wir mal probieren und es ist dieses tandoori ja mazala das ist schon gesalzt also man muss da kein gewürz mehr kein pfeffer kein gar nichts mehr reinkommen da ist schon alles toll und so ein ganz kleiner geschmack der dazukommt und jetzt kommt unser zauber teil und zwar der akazienhonig er geht einfach löffel mäßig drüber zwei löffel ja und ich rein dritten dazu weil heute schönes wetter ist toll ich bin mal reis aus dem beutel schau mal wieder so aufgewählt und zucker toll das sieht ja aus also auch das auge ja das auge ist ja mit wo sollen wir sind hier aber ich nehme dir das weg genau hast du mal weg ich auch weg dann hole ich schon mal den joghurt aus dem kühlschrank haben wir ja 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 das ist auch so ein joghurt ist auch so ein ding weil es gibt ja so wie man früher immer den joghurt zu nach hause gemacht hat ja und es gibt sehr wenige firmen die das noch so original original macht der bulgar und der bulgarische immer noch so diesen original geschmack von joghurt naja das probieren ja ich bin ja ein fan von dem zehnprozentigen griechischen der ist so lecker ist gut okay dann ist das jetzt fertig wir könnten das eigentlich irgendwo ganz schnell rein tun in so ein bist du eine schüssel reintun nimmst du musst gleich rein ja ja das heißt hier 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 spitze das nehme ich dann ist das ok ok meine pasta den penne muss man immer mal wieder so ein bisschen durch ja die setzen sich ganz gerne kleben so ein bisschen das sieht ja auch ein bisschen spektakulär aus obwohl wirklich sehr wenig dahinter ist um das zu machen das ist ganz einfach und jetzt da guckt ihr das an naja dann haben wir das natürlich das mal wieder darüber und jetzt kommt der joghurt und viele leute glauben es gar nicht gut das schmeckt so ein basmati reis mit dem joghurt drüber das habe ich noch nie gegessen das ist hervorragend muss einem natürlich auch schmecken ich tue das einfach nur hier rauf da bin ich jetzt da bin ich jetzt gespannt du hast du probiert gell ja ja also wenn es nicht schmeckt sagt es nicht von meiner frau schmeckt sehr gut ja okay ich bringe es mal hier rüber das fleisch wird noch ein bisschen heiß sein aber zusammen mit dem kalten joghurt was mich wirklich überrascht ist mit diesem joghurt zu dem ich reise so was kann einem doch nicht schlecht schmecken das ist ja so gut sollte helfen ja ich glaube wir müssen die du kannst das vorsicht 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 rüber nehmen und raus holen ist es nicht heiß hier schaffe ich schaffe und in den sieb reingeben oder du kannst das raus da habe ich jetzt genau da brauche ich so ein ding habe ich aber schon hier hat ein bisschen viel flüssigkeit eingekocht ja da muss ich noch mal schluck soll ich abschrecken ja jetzt nehme ich doch diese spritze war mich alle davor gewarnt aber ich nehme sie trotzdem her ja ich nehme noch ein bisschen von dem saft von mir die spritze bin ich echt super wie soll ja so jetzt muss ich das abschmecken perfekt da kann man dann gleich was auf auf so tiefe teller tun und richtig schön voll machen ja bitte ja nicht so ja genau so das ist fertig so die pasta die sind kräftig die aber ich finde gut die im ding steam maronen spürt man das sieht sehr lecker aus jetzt nehme ich den anderen teller ein bisschen soße so super so zweiter gang besteck hole ich raus hier ja aus der schublade normal ist man ja passt dann nur mit gabel ja wir machen es in beiden beiden ich brauche nur gabel ich habe ein bisschen zu lange das ziehen lassen ja ein bisschen wenig flüssigkeit sehr lecker sehr lecker so 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 Untertitelung des ZDF, 2020